Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sag mal, hast du das nicht schon vorher geblieben? Ich meine, bevor sie es dir gemacht hat, musst du doch schon gesehen haben. Auch wenn es schon Jahre her ist, man erkennt doch sein eigenes Kind. Eine versaute Drecksunterblitzung und das liegt alles alleine an deiner Mutter, im Blut, im Blut liegt. Und als sie ihn dann auch erkannt hat, hat sie ihn angebrüllt. Die Drecksau ist er. Die allerletzte Drecksau! Dann hat sie den Aschenbecher genommen und auf der Tischkante zerbrochen. Und mit der Splitterkante hat sie die Fresse zerhackt. Aber erst als sie die Hauptschlagerne erwischt hat, ist das Blut richtig hochgespritzt. Dabei ist der Kerl ganz ruhig gestorben. Mitten in dem Aufruhr. Dann bin ich raus, habe mich durch die Gaffer geschoben. Keiner hat mich aufgehalten. Ich bin über das Geländer gestiegen hin, die Vierstaub runtergesprungen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020